So, wir täglich die Routen auf. Peter, du musst aber dann schon zugucken, weil das mache ich einmal für dich und dann musst du das selber können. Für alle Equipment-Poser, Waterworks Anniversary. Jetzt wollen wir aber nicht nur posen, sondern wollen auch ein paar Fisch fangen, oder? Es kommt schon blau durch. So, Peter, jetzt zeigst du, wie das geht. Das ist ganz einfach. Okay, Leute, das ist mein Freund Steven. Dann, nach zwei Stunden Fischung, wird er in zwei Stunden fangen. See you later. Ja, siehste. Erster Wurf und gleich ein Vieh strillen schön ran. Das ist ein schöner. Petri heil, Peter. Ja, Petri dann. Komm mal hin mit der Kamera. Ja. Ja. Na klar. Na klar. Wie schön die aus und die rohen Flögel. Richtig schöne Bachforelle da. Und ein glücklicher Peter. Ja. Klasse. Na dann. Mach nochmal einen Wurf. Mach nochmal einen Wurf. Klasse. Ja. Timm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020